Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Einige von euch kennen ihn schon, das ist ja mein relativ neuer Vigor Wagenheber, Modell V6028. Ich verlinke ihn euch auch unterhalb des Videos. Und wie ihr sehen könnt, das ist ja die Originalaufnahme hier von diesem Wagenheber, einfach so eine Gummyeinlage. Ich bin ja hingegangen und habe, als ich ihn neu hatte, bereits hier meine bekannte 83mm BMW Wagenheberaufnahme gedruckt. Und solche Sachen, 3D-Drucke, die veröffentliche ich dann immer kostenfrei, Link ist auch unterhalb des Videos, in der Infobox auf dem Portal Singiverse, so heißt das. Da könnt ihr euch sowas einfach runterladen. Und das sage ich explizit an der Stelle nochmal, dass es auch kostenfrei ist. Ihr braucht einfach nur einen eigenen 3D-Drucker und dann könnt ihr euch so ein Teil ausdrucken. Habt einen Kumpel, der eins hat oder ähnliches. Oder ihr holt euch selber einen. Man braucht auch nicht viele Kenntnisse für. Das kann man mit sehr guten Druckern, meinem neuen, von Wambu Lab beispielsweise, sehr gut machen. Ich verlinke ihn euch auch unterhalb. Nun aber, bin ich jetzt mal hingegangen und habe mir bei BMW als Ersatzteil die Wagenheberaufnahme, also das Gegenstück quasi besorgt. Welches wir ja immer hier wieder dafür benutzen, um so einen Wagen hochzuheben. Und da finde ich es ganz interessant, weil man kann das jetzt erstmal ganz genau sehen, wie sieht denn dieses Teil eigentlich aus. Und was macht das eigentlich? Wie robust ist das eigentlich? So ist das Ganze aufgebaut. Die sind von der Konstruktion ab und zu ein bisschen unterschiedlich. Je nach Baureihe beim E60 sieht es halt ganz genau so aus. Diese Größe, diese Aufnahme hier unten ist bei jedem BMW, zumindest in euren Modellen, gleich. Beim E36 beispielsweise gab es das noch nicht. Aber ab E46 müsste es eigentlich bei allen sein. Wenn ich mich irre schreibt, es gerne mal. Wir sehen, dass die Konstruktion wirklich sehr geil gemacht ist. Mit Verstrebungen hier, die natürlich der Schürabilität dienen. Auch hier ist ein Vollmaterial hier in der Mitte drin, zumindest hier. Dann auch nochmal mit Streben abgesichert und so weiter und so fort. Jetzt kann ich innen gehen. Und das machen wir gleich bei mir im Büro. Messen dieses Maß hier nochmal ganz genau aus. Weil ich wusste beim letzten Mal dieses Maß hier nicht mehr ganz genau. Also habe ich es nach Pi mal Daumen gemacht. Und es ist ein bisschen locker. Und da möchte ich nochmal eine neue Vorlage machen. Einen neuen Druck, sodass das deutlich besser passt. Und auch hier dieses Schraubenloch hat nicht ganz gepasst. Dass wir hier eine Aussparung machen auf der Unterseite von diesem Teil. Und wer an sowas Spaß hat, so ein bisschen designen und so. Der kommt dann nämlich, wenn er einen 3D-Drucker hat, auch voll auf seine Kosten. Das macht nämlich auch noch Bock, wie ich persönlich finde. Dementsprechend brauchen wir dieses Maß, dieses Maß. Einfach ein Rechteck, das wir hier machen. Kann natürlich theoretisch das auch weglassen. Keine Frage. Es funktioniert ja auch hier, wo das Ding jetzt hier ein anderes Maß hat. Weil er legt ja jetzt hier außen auf, wie man es hier sehen kann. Und ich möchte es der Vollständigkeit halber gerne hier euch auch nochmal mal zeigen, was man mit dem 3D-Druck gerade im Autobereich machen kann. Weil ich bin fest der Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr 3D-Druck im Autobereich auch sehen werden. Okay Freunde, wenn wir im Büro angekommen, müssen wir natürlich erstmal hingehen und dieses Teil hier ein bisschen ausmessen. Auf der Unterseite brauchen wir das Maß für diese Aussparung von der großen Unterlegscheibe, nenne ich sie jetzt mal. Da sind wir im Bereich 33,5 mm. Es muss auch nicht alles 100% sein. Wenn wir jetzt ein bisschen Spiel haben, ist das ja auch in Ordnung. Und dann braucht man natürlich ganz klar auch dieses Maß hier von dem Ring, damit der ein bisschen besser drin sitzt. Und da sind wir bei ca. 93,1,9. Hier ordentliche Schieblehre, wo man das ablesen kann. Und das konstruieren wir jetzt mal als erstes. Okay Freunde, ich persönlich benutze gerne die Software Autodesk Fusion 360. Ist für den persönlichen Bereich kostenfrei nutzbar. Und dementsprechend, ich habe jetzt hier im Bereich von 90 mm schon quasi die Bodenplatte gemacht. Allerdings ohne die Aussparung, die muss später gemacht werden. Geht da jetzt aber auch relativ flott hier durch. Das soll kein ausführliches Tutorial zum Designen werden. Da gibt es viele, die es bei YouTube noch viel besser können. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Software, die davon man benutzen kann. Und in meinem OllisBeltkanal drüben, verlinke ich euch an dieser Stelle, habe ich dazu natürlich auch schon mal ein paar Videos gemacht. Und das, was wichtig ist zu verstehen, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt erstmal nur quasi diesen Bodenbereich gemacht, den wir irgendwie weiter bearbeiten wollen. So mal ganz salopp ausgedrückt. Und jetzt müssen wir hingehen und das Ganze so genannt extruieren. Das heißt, den Bereich, den ziehen wir uns jetzt quasi erstmal nach oben. Das werdet ihr aber jetzt sehen, wenn ich hier auf den Volumenkörper gehe, Extrusion. Und das ist dann dieser Part hier mit den 90 mm. Und dann müssen wir uns überlegen, wie dick soll das Ganze sein? Wie hoch soll das Extruieren von unten aus gesehen? Und beim letzten Mal können wir mal messen, das Teil habe ich damals gemacht, 6,7 mm. Hat, wie ich finde, eine ganz gute Dicke. Okay, dementsprechend sieht man ja auch hier, das kommt wirklich ideal damit klar. Die Dicke war nicht zu hoch, sodass es irgendwie übersteht oder ähnliches. Das sind ja alles Gedanken, wo man sich ein bisschen drum machen muss. Deswegen würde ich jetzt auch hier mal wieder 7 mm eintragen. Und wenn wir dann hier drüben auf dem Kubus das Ganze bewegen, seht ihr, so und jetzt haben wir erstmal diese kleine Platte hier gemacht. Also wirklich ganz einfach eine Sache von einer Minute. Im nächsten Schritt würde ich jetzt die kleine Aussparung hier unten machen. Da hat man 33 mm, also müssen wir das Ganze jetzt erstmal drehen, weil wir wollen das ja unten drunter haben. Also die BMW-Wagenheberaufnahme machen wir zum Schluss. So, und dann müssen wir nämlich, drehen wir nochmal ein bisschen weiter hier. So, ich habe auch schon länger wieder nicht mit der Software gearbeitet. Deswegen könnte es ein bisschen länger dauern. Jetzt müssen wir hier erstmal in die Mitte hinein von diesem Teil. Da, da hat er schon den Mittelpunkt gefunden. Möchten wir nämlich ein Loch machen. Allerdings soll das natürlich nicht durchgehend sein, sondern 2 mm irgendwas. Also wenn wir 7 mm außen haben, haben wir dann in dieser Mitte noch 5 mm. Können wir auch auf 3 mm gehen. Da sind wir mit 2 mm, 2,5. Die goldene Mitte, 2,5 mm in der Tiefe. Da sind wir da absolut safe, dass das Ganze passt. Aber es ist euch garantiert aufgefallen, dass immer noch durchgehend. Deswegen müssen wir nämlich einen Bohrungspunkt hier ändern. Den nehmen wir jetzt quasi raus. Das ist einfach nur ein gerader Bohreinsatz, der gemacht wird. Und dementsprechend, wir sind hier bei 40 mm in der Breite. Die müssen wir auch noch machen. Das ist zu viel. Wir hatten gemessen 33 mm. Ein bisschen Spiel würde ich auf jeden Fall reinbringen, damit es sich ein bisschen bewegen kann. Nicht komplett spack sitzt. Gehen wir hier auf 35 mm. So, und dann hätten wir das auch fertig. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz geil aus von unten. Zack, so. Das sieht man jetzt ganz schön. 2,5 mm in der Tiefe. So, und dann müssen wir das Ganze natürlich auch in die Form einbringen. Quasi, oder obendrauf eher gesagt. Wir sind jetzt wieder auf der Draufsicht. Und in der Breite habe ich gerade 56 mm gesagt. Und in der Höhe sind wir bei 30 mm. Und dann haben wir dieses Viereck jetzt hier. Müssen das Ganze natürlich noch an die richtige Stelle positionieren, wo wir es haben wollen. Also hier auf der rechten Seite an der Ecke einfach klicken. Und dann kann man das Ganze natürlich schön auspositionieren. So, wie man es haben möchte. Ist das in der Mitte? Und da habe ich ehrlich gesagt, das ist ja auch für mich immer ein Lernprozess, keine Idee, wo das wirklich hundertprozentig ausgerichtet werden kann. Der hat das jetzt gerade so ein bisschen hin und her verschoben. Aber ich sehe schon hier 1, 2, 2,5 Kästchen. Und hier sind 1, 2, 3, 3,5 Kästchen. Die wirkliche Mitte ist das nicht. Also müsste das irgendwo hier zwischen sein. Und wenn wir jetzt hier gucken. 1, 2, 3, knapp 4 volle Kästchen. 1, 2, 3, knapp 4. Ja, das passt so. Sollte hinhauen. Und dann muss das Ganze natürlich auch wieder über den Volumenkörper extruiert werden. Da verklicken wir dann da rein. Und da gucken wir jetzt mal, wie tief ist das Ding. Also wie hoch wiederum wollen wir extruieren. So. Na komm. Und dann messe ich jetzt hier eine Höhe von 12,88 Millimeter. Also würde ich sagen, sind wir hier bei 10 Millimeter irgendwas ausreichend. Und das ist die Frage. Das hatte ich aber auch in meinem allerersten, glaube ich, Video schon mal gesagt. Bei einem BGS-Wagenheber geht man hier eher hin und macht es so, dass es eigentlich nur der Festigkeit, also außenrum, aufliegt. Oder dass es innen aufliegt. Aber wir können jetzt mal gucken. Zur Not können wir es immer noch abschleifen. Wir gehen einfach auf 12 Millimeter. Damit sind wir absolut safe. Das sollte hinhauen. Und dann sehen wir. Das sieht geil aus. Und das war es im Endeffekt. Das ist alles, was man für so eine 3D-Konstruktion brauchen muss. Und das ist schon ein bisschen was Schwierigeres, so ein Teil, als jetzt beispielsweise, was ich heute noch gemacht habe. Hat der eine oder andere per Insta auch vor einigen Wochen bestimmt schon gesehen. Das sind nämlich hier so ein paar kleine Stifte, so ein paar Clips. Die sind wirklich so einfach zu designen. Dafür habe ich keine Minute gebraucht. Und für das jetzt hier vier Minuten oder sowas. Okay, jetzt nächstes sind wir in der sogenannten Slicing-Software. Das könnt ihr euch so vorstellen. Der geht hier hin und nimmt das Filament, also diesen Kunststoff, schmilzt den und bringt den dann in die Form, wie wir ihn haben möchten. Eine Schicht, die nächste Schicht und so weiter. Baut das aneinander auf. Ihr seht gleich den Druck auch. Und das macht man mit dieser Software. Und ich habe das Ganze schon gesliced, wie das Ganze heißt. Könnt ihr euch so vorstellen. Man beginnt, oder beziehungsweise der Drucker beginnt gleich mit der ersten Schicht, die er druckt. Danach druckt er hier die zweite Schicht, die dritte, vierte und so weiter. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Ihr seht das ja, dass da so ein Muster drin ist. Wir sehen, dass da so ein Muster drin ist. Und das ist die Verstrebung, sage ich jetzt mal quasi da drin. Und die kann man aber ändern. Man kann die Form dessen ändern, das Muster quasi, was man verwendet. Oder aber auch, wie viel Menge von Filament da rein soll. Das sind jetzt nur 14 Prozent. Und bei dem Teil hier, das ist ja schon ein sehr, sehr starkes, dickes Material. Damit natürlich auch ordentlich Gewicht drauflegen kann von einem Auto. Und jetzt, wenn wir beispielsweise mal auf 40 Prozent gehen, müssen wir neu slicen. Deswegen nimmt er das raus. Und das ist auch super schnell, die Software. Und dann sehen wir das. Ist das feinmaschiger. Wenn wir jetzt mal ganz extrem hier auf 90 Prozent gehen, slicen das Ganze. Dann guckt euch das mal an. Das ist ja fast komplett Vollmaterial. Das wäre es halt bei 100 Prozent. Das ist meiner Meinung nach nicht nötig hier. Ich habe das hier so um die 40 Prozent beim letzten Mal gedruckt, sodass das ausreichen sollte. Und dann haben wir nämlich eine Druckzeit. Das ist ein super, super schneller Drucker von nur 55 Minuten. Werdet ihr auch gleich sehen. In dem Zeitraffer einfach nur geil, das Ding. Das Nächste, was wir machen müssen, wir müssen die Datei zu dem Drucker senden. Das passiert einfach per WLAN, wo der Drucker bei mir im Netzwerk hier verbunden ist. Wir haben hier oben die Möglichkeit, das Filament auszuwählen, welches wir haben möchten. Entweder ein süßes, süßes Pink für die kleine Gloria oder eben für mich das Schwarz oder so ein Beige. Und ich finde das Beige ganz cool. Deswegen wähle ich mir hier das Beige einfach aus. Das zieht der Drucker sich auch vollautomatisch. Ich muss nicht hingehen, irgendwas wechseln, noch irgendwas einstellen, leveln und so weiter. Was ihr aus meinen alten Videos vielleicht mal gesehen habt. Das macht der Drucker alles vollautomatisch. Ich drücke einfach nur auf Senden. Dann schickt er die Daten in die Bamboo Lab Cloud. Zieht die sich am Drucker wieder oben runter und fängt den Druck an. Das ist alles. So, und dann ist er jetzt nämlich auch schon soweit. Da drüben, vielleicht hört ihr es im Hintergrund, fährt der Drucker los, beginnt. Wir können aber auch parallel, das ist wirklich ein Rund-und-Konzept bei diesem Drucker. Das ist einfach nur geil gemacht. Da seht ihr den Bauraum, den Innenraum des Druckers und wie er jetzt langsam loslegt. Das erste, was er jetzt gerade macht, der Lüfter läuft. Läuft jetzt erstmal warm, muss das Bett, also das Bett ist hier die Druckplatte und dann halt auch die Nusel, also die Düse erwärmen, wo das Filament rauskommt. Und da sieht man es nämlich. Er schmeißt nämlich jetzt hier den Rest von dem Schwarz raus und zieht sich nämlich jetzt hier gerade das Beige. Wie gesagt, ich sitze hier, ich mache dazu gar nichts. Ich habe dem einfach nur gesagt, ich möchte es im Beige haben, also zieh dir bitte das Beige. Leute, also ich mache jetzt 3D-Druck etwas über zwei Jahre. Was in diesen zwei Jahren bei 3D-Druckern passiert ist und besonders bei dem hier, das ist wirklich eine ganz krasse Entwicklung. Ich bin fest davon überzeugt, ich sage das immer wieder, dass wir gerade im Automobilbereich in den nächsten Jahren immer mehr sehen werden, dass solche 3D-Drucker ganz, ganz wichtig werden. Weil wir sehen das ja, dass die Hersteller nicht mehr darauf bedacht sind, für x Jahre Ersatzteile zur Verfügung zu stellen, dann alles Mögliche. Beim E85 zum Beispiel gibt es jetzt heutzutage verschiedene, so die Türspange vom Türgriff gibt es nicht mehr. Oder auch beim Hardtop, so eine Abdeckung gibt es nicht mehr. Beim E60 geht das jetzt langsam los. Und das ist bei zahlreichen anderen Fahrzeugen auch so. Und dementsprechend, so etwas kann man dann selber designen oder besorgt sich so ein Design, was so ein anderer schon mal irgendwie gemacht hat, wie ich zum Beispiel. Singiverse, unterhalb verlinkt, da findet ihr dann diesen Druck hier, den wir jetzt gerade machen. Und dann druckst ihr das selber aus. Hier sehen wir jetzt gerade diesen speziellen Levelprozess, den man eigentlich halt auch manuell durchführen muss. Und der misst das jetzt komplett aus, wie die richtige Höhe ist, wie er mit dem Bett zusammen halt nivelliert ist. Genial. Also dieser Stress, den hat man damit einfach nicht mehr. Also wirklich auch was für Laien dieser Drucker, die sich nicht so in diese technische Materie da einarbeiten möchten. Hier und da seht ihr das, der Drucker hat jetzt gestartet. Hier rechts vorne sieht man das, das sind so Hilfslinien, die er für sich gemacht hat. Die braucht euch nicht zu stören. Und hier drinnen ist er wirklich genau am Arbeiten und das am Drucken, was wir halt haben wollen. That's it. Und das ist wirklich, das sieht jetzt relativ langsam aus, das ist ultraschnell. Also mit einem anderen Drucker ist man da deutlich länger dran, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schneller Drucker. Die Technik ist der Wahnsinn. Wenn man sich das anguckt, der fährt jetzt hier, nachdem er die erste Schicht gemacht hat, mit einem LiDAR-Sensor drüber und analysiert, ob er alles richtig gemacht hat. Wenn nicht, kann er natürlich hier und da noch ein bisschen anpassen. Da steckt eine Intelligenz hinter Leute. Das ist unfassbar. Das ist total krass. So, und bei dem Teil kann er nicht so ganz schnell drucken. Das war ja gerade, was ich schon so ein Part, den ich angemerkt habe. Aber trotzdessen ist der so schnell. Guckt euch das mal an. Alter. Das ist jedes Mal wieder faszinierend. Also in diesem Drucker. Guckt mal im Ollis Weltkanal mein Video zum ausführlichen Test von dem Drucker. Das ist einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste Drucker auf dem Markt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich denke, für denjenigen, der vom 3D-Druck noch nicht so die Erfahrung hat, jetzt sieht man das ganz gut. Er hat die erste Schicht gemacht. Gerade hat er die andere Schicht, hat er ja so längs gemacht. Jetzt auf uns quasi frontal zu, macht er die nächste Schicht. Gleich macht er die nächste Schicht, die nächste Schicht. Das ist das, was man unterm Slicen halt auch verstanden hat gerade, wie wir das gemacht haben. Und die Geschwindigkeit. Also sprecht man mit jemandem oder zeigt man jemandem, der auch einen 3D-Drucker hat. Das ist echt schnell. Gerade für dieses Teil. Wahnsinn. Und da kann er noch nicht mehr seine volle Speed ausfahren. Einfach nur krank, das Ding. Ihr seht das im unteren Bereich des Bildes. Die Restlaufzeit für den Druck liegt bei 31 Minuten. Sind genau bei 49% angekommen. Ist immer noch der Wahnsinn. Auch wenn ich mich hier sicherlich wiederhole, die Geschwindigkeit und die Genauigkeit. Man sieht das ja schon jetzt mit was für einer Präzision der Druck. Ein Traum. Der Drucker ist in den letzten Zügen. Und es gibt nämlich auch noch etwas weiteres. Das ist nämlich die kostenfreie Bamboo Handy App. Und ihr seht, ich bin extra nicht im WLAN drin, sondern von überall aus auf der Welt, wo du Internet hast. Kannst du dich nämlich auf deinen Drucker einloggen. Kannst den hier ein bisschen steuern. Könntest quasi die kompletten Druck begleiten. Sieht man hier in der Webcam. Und das ist halt wirklich 1 zu 1 genau das Bild, was ihr auch da seht. Also dieses Rundum Package, was man bei Bamboo Lab da bekommt, ist wirklich genial. Also draußen angekommen. Gucken wir uns das Ganze jetzt gemeinsam hier mit dem Wagenheber nochmal an, ob es passt. Okay, wir haben ja unten die Aussparung hier gelassen. Extra für diesen Teilbereich. Und, joa, das sitzt auch ganz gut. Vom Maß her könnte man es noch 2 mm, sag ich mal 1 mm im Umkreis, vielleicht 2 mm, sogar ein bisschen mehr machen. Ist ein bisschen locker noch hier drin, aber das ist ja kein Problem. Auch wenn es jetzt hier aufliegt, geht es. Ich würde es nochmal einen Ticken größer machen vom Kreis her. Habe ich mich vielleicht ein bisschen vermessen bei dem Gummiding. Aber wir probieren es jetzt mal aus, ob der gut hochfährt. Also schauen wir doch mal. Wunderbar. Der passt perfekt ausgerichtet. Dementsprechend hier easy hochpumpen. Und vom Prinzip her ist das natürlich immer alles das Gleiche. Aber der sitzt halt jetzt wirklich sowas von gut da unten drin. Haben wir perfekt hingekriegt. Und wie immer, meine Drucke, die ihr nachdrucken könnt, findet ihr natürlich verlinkt unterhalb des Videos. Und wenn wir den Bock jetzt runterlassen, schauen wir uns natürlich das Teil auch nochmal an, wie es jetzt nach dem ersten Anwenden aussieht. Da haben wir das Teil. Können wir ein bisschen sauber machen. Und da sehen wir, so hat er es hochgehoben. Das heißt, wir haben hier in dem Bereich ein bisschen mehr Druckstelle. Was aber auch Sinn ergibt, weil der Wagen hat sich ja in die Richtung geneigt. Also lag jetzt hier mehr Gewicht auf. Deswegen haben wir hier eine kleine Druckstelle. Aber guckt euch das nochmal an. Wir hatten mit, wie viel waren es? 40, 50 Prozent Infill gedruckt. Das hält halt wirklich ideal bombenfest. Das muss nicht aus Hartgummi oder irgendwie sowas in der Richtung sein. Manche gehen auch in einem Eishockey-Puck als Unterlage mit so einem Filament aus dem 3D-Drucker, mit so einem PLA. Geht das wirklich ideal? Kann ich euch nur empfehlen. Ja, Freunde, last but not least noch der Gedanke, die Idee, weil ich per Instagram auch drum gebeten und gefragt wurde. Soll ich sowas mir auch mal überlegen, so eine passende Halterung für VW? Weil wir haben ja hier in der Garage den Tiguan meiner Eltern stehen. Da könnte ich was in der Richtung mir vorstellen zu designen. Wenn ihr da Interesse daran habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Den geilen Vigor Wagenheber verlinke ich euch natürlich unterhalb des Videos. Genauso wie auch den Bambu Lab X1 Drucker. Ihr könnt aber auch, wenn euch der zu teuer ist, ein günstigeres Modell nehmen. Zum Beispiel den P1P ist auch ein sehr guter, günstiger Einsteiger-Drucker. Der hat zwar kein Gehäuse, sondern eine offene Bauform. Aber ebenfalls damit könnt ihr wirklich ganz easy, ganz einfach drucken, ohne irgendwelche großen Vorkenntnisse haben oder Ähnliches. Dementsprechend Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Haut rein. Bis zum nächsten und ciao. Guck ihn euch an. Guck ihn euch an. Der schäumt die ganzen Eimer kaputt. Alter, was ist das? Ist die Waschtrommel oder was? Du machst strommeln. Jetzt haben wir den richtigen. Du bist ein Typ.